Und war es deine Religion? Nein, 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 im Gegenteil. Nein, 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 im Gegenteil. Nein, 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 im Gegenteil. Nein, 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 im Gegenteil. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz. Also, Gilly, Schluss, aus, Ende der Diskussion. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion Das meinte ich nicht Was meinst du denn? 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 Richard, was ist bloß aus dir geworden? 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 Wolltest du einen Saft? Ja, bitte Und was deine Religion? Und was deine Religion? Und was deine Religion? Und war es deine Religion? Gehst du eigentlich jeden Tag joggen? Nein, nur einmal irgendwo mit Gruppe Gehst du eigentlich jeden Tag joggen? Nein, nur einmal irgendwo mit Gruppe Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Ja, klar Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Ja, klar Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Ja, klar Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Ja, klar. Sie sind schöne Nomen. Sie sind schöne Nomen. Sie sind schöne Nomen. Sie sind schöne Nomen. Tariq, kann ich dir eine Frage stellen? Kladiello. 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 Tariq, kann ich dir eine Frage stellen? Tariq, kann ich dir eine Frage stellen? Tariq, kann ich dir eine Frage stellen? Für die Frage stellen. Kommst du ab? Kommst du ab? Kommst du ab? Kommst du ab? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Witz? Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion! Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ende der Diskussion! Das meinte ich nicht Was meinst du denn? Das meinte ich nicht Was meinst du denn? Richard, was ist bloß aus dir geworden? Richard, was ist bloß aus dir geworden? Wolltest du einen Saft? Ja, bitte! Wolltest du einen Saft? Ja, bitte! Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Ja, klar! Kann ich dir eine Frage stellen, Sophie? Kommst du heute Abend? Kommst du heute Abend? Kommst du heute Abend? ich meine Frage. Ich glaube, ob ich sie jetzt hierạnh �enz drama zusammenar.